Hallo zusammen, ich zeige euch heute, wie ich dieses One-Pot-Gericht aus dem Backofen gemacht habe. Das ist Girus-Kranz mit Kartoffeln und Hähnchenbrust. Sehr lecker. Für die Hähnchenbrust, die ich in grobe Stücke geschnitten habe, je grüber ihr die schneidet, desto saftiger bleiben die. Also Salz, Paprikapulver, Broschetta, Tzatziki, Knoblauch. Ihr könnt auch ein ganz normales Girus-Gewürz nehmen und ein bisschen Olivenöl und das wird vermischt und so zwei, drei Stunden stehen lassen. Ihr könnt es auch über Nacht stehen lassen, so ist es noch schneller fertig am nächsten Tag. Die Kartoffeln habe ich dann in Scheiben geschnitten, mit der Mandoline Stufe 4. Also je dünner ihr schneidet, desto schneller sind die durch. Aber ich hatte so ein bisschen dickere genommen und dann ungefähr ein Kilo Kartoffeln, ein Teelöffel Salz, Paprikapulver, Tzatziki, Edelschmaus. Ihr könnt aber auch andere Kräuter nehmen, Olivenöl und Frischkäse oder Schmand. Und das wird dann gut verrührt und so fächerartig auf einen Stein gelegt, Backblech. Also auf dem Stein funktioniert das sehr gut. Die restlichen kleinen Kartoffeln könnt ihr einfach zwischendurch reinstecken, sodass das einen Kreis ergibt. Und dann in die Mitte habe ich noch eine Möhre, eine Paprika, auch klein geschnitten, in der Marinade von den Kartoffeln verrührt. Und dann kommt das für 20 Minuten in den Backofen und nach den 20 Minuten kommt dann die Hähnchenbrust in die Mitte und nochmal so 15-20 Minuten. Am Rand hatte ich dann nochmal Mozzarella draufgelegt. Ihr müsst einfach gucken, dass die Hähnchenbrust dann gar ist. Und so am Schluss habe ich noch mit frischen Tomaten, Basilikum, Petersilie ein bisschen dekoriert, aber das muss ja auch nicht sein. Und so war unser Essen schon fertig. Und die Hähnchenbrust ist richtig schön saftig geworden. Ich zeige euch gleich im Anschnitt, wie schön die geworden ist. Das ist ein ganz einfaches Gericht und auch super für die Alltagsküche. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.